So, das war der Pegasus Cup. Ganz relativ easy. Keinste Regel, oder? Phil Cup. Sora alleine. NEIN! Ich bin ein Idiot! Ich hab vergessen die Item zu belegen. So. So. Ich hab keine Items! Ich bin so ein Volli-Vollpfosten! Yeah! So, ja. Äh, warum mache ich das jetzt? Weil es gibt auch noch ein Item dafür! Äh, wenn wir die Cups alleine machen. Es würde ja auch wunderbar klappen. So. Es klappt ja auch so wunderbar! So ist die Item sind mir halt immer noch ein bisschen lieb. Helfen wir vielleicht mal, wenn ich Mana brauche! Also Magie! MP! So. Das kennen wir ja auch schon. Du? 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 So. Mana immer oben halten. Das ist wichtig. Das ist die Kraft des Schlüsselschweres. Da schützt sich das immer noch besser an. Ja, gut. Ich wollte es mal eine Runde schnell machen. Hey, wenn sie so kommen, dann sollte man sonst. Ich trinke jetzt einen Schluck RG. Autobampen. Ja. So. So, ein 1-on-1, Digga. 1-on-1. Da hat er nicht mit gerechnet. Boom. Einfach mal den Verteidiger gemacht. Gewartet, bis er kommt und voll aufs Maul gegeben. So ist richtig. So ist richtig. So, die Handschuhe, die Schatten durchhieß und die Archiep-Zippler. So. So. Das Gegend läuft ja momentan, aber ich weiß nicht, der letzte Kampf kann ein bisschen anstrengend werden. Ich weiß nicht, der ist Platz 4. Das dauert, zieht sich so lange hin. Warte. Es geht. Es ist ja möglich. Es ist ja auch einfach, aber es zieht sich jetzt gerade einfach nur. Es ist ja das Dumme. Gerade. Im Moment. Jetzt kommen die Gauntlets und die Hammerquanten. BAM. Leben. Es ist ja wirklich gut. Es ist ja wirklich einfach. Und ich frage mich gerade, warum R2 und L2 nicht belegt sind. Das ist aber ganz einfach. So, jetzt kommt der Panzertor. Dann, ähm, damals auf der PlayStation 1 war die Kamera nicht mit dem linken Analog und mit dem rechten Analog, sondern mit R2 und L2. Kombo. Das war schon. Oh, lol. Das war ja relativ. Nein, nicht nochmal von vorne. Das war ja relativ einfach sogar. Das ging ja sogar. Ja, also das war die Belohnung. Darum habe ich mich ja gerade gewundert, weil wir haben jetzt hier nochmal eine Kombo-Plus. Ja, Tontaubentechnik. Die brauchen wir für den Boss, den einen. Ziel wird rasend angegriffen. Kombo-Taketis drücken. Drücken. Nahtkampftechnik. MP verbraucht 3. Alter. Ja, gut. Ähm. Ja. Ging ja wirklich ganz einfach sogar. Ich habe jetzt echt gedacht, das ging dort länger. Ah ja. Ja, wir könnten jetzt auch den Filka, äh, den Filka, den Herkules Cup machen. Aber nun. Aber nun. Aber nun. Denn, ähm, der Wurm uns doch noch ein bisschen nähä. Ne? Könnt ihr mal eben reingucken, wer da alles ist. Ja. Da sieht man hier Cloud. Man kann so raufgehen, mal gucken, was das ist. Gargoyle und Schattendurchis. Die Domino. Dominio. Dominions. Dominions. Loll. Tegler. Zerstörer. Irrspucker. Die seltenen Ra-Fungi. Ra-Fungi ist eine Kombination. Man muss sie die ganze Zeit hochhalten. Cloud. Die Unlichten. Die Flugpiraten. Und Herkules. Bei Cloud und Herkules kriegst du jeweils ein Item, beziehungsweise eine Waffe. So. Ja, ich will nochmal gucken, ob das nochmal klappt. Zip, please. Du, 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 du. Zip, please. Nö. Ich klappt wirklich nur einmal. Schade. 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 Obwohl. Ginge das? Schade. See ya. Noll. Man kann das Feuer wieder anmachen. Nett. So. Ah. Schön. 17 Minuten 30 ins Land verflossen für nix. Doch, eigentlich schon. Ah. Ich überleg grad. Machen wir es. Machen wir. Komm. Wir wollen. Null Minuten gleich wieder zusammenreißen. Es ist hart. Extrem hart. Ähm. Axis Wanner. Es ist wirklich extrem hart. Weil. Da kommt was ganz böses auf mich zu. Was ganz. 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 Ganz böses. Richtig böse. 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 Kommt da. Böse. Böse. Lauf hinzu. Okay. Dann ist es okay. Wir haben es gecheckt. Da kommt ein böse. Böse. Und so. Ähm. Ba. 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 So. Alles. Ey. Yo. Digger Meister. Ey. Yo. Was geht ab? Yo. Wie es aussieht. Habt ihr den anderen Teil gefunden? Bärst du mal. Lass mal sehen da. Hier ist ein Zerid. Okay. Wartet. Ich bau sofort ein. Well. Just remember what Donald said to you. No frowning. No sad faces. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Aren't you worried? I'm sorry. The king told us to go out and find the key bearer and we found you. So as long as we stick together, it'll all work out okay. Hey, you just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. I believe in you. Wo bin ich? Vor langer Zeit, in einer Zeit des Friedens, lebten die Menschen in der Wärme des Lichts. Jeder liebte das Licht. Aber eines Tages begannen die Menschen, um das Licht zu kämpfen. Und die Dunkelheit ergriff Besitz von ihren Herzen. Die Dunkelheit breitete sich aus und verschlang das Licht. Und die Herzen der Menschen, sie hüllten alles ein und die Welt verschwand. Aber kleine Reste des Lichts überlebten. In den Herzen der Kinder. Mit diesen Lichtresten bauten Kinder in die verlorene Welt wieder auf. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Aber das wahre Licht schläft. Tief im Innersten der Dunkelheit. Deswegen sind die Welten immer noch verstreut. Und voneinander getrennt. Voneinander. Aber eines Tages wird sich eine Tür zum Innersten der Dunkelheit öffnen. Und das wahre Licht wird zurückkehren. Also hör zu. Genau du, hör zu. Tief in der Dunkelheit. Wird es immer ein Licht geben, das dich leitet. Glaube an das Licht. Dann wird die Dunkelheit dich nie besiegen. Dein Herz wird heller strahlen und die Dunkelheit verdrängen. Verstehst du, Kairi? Kairi? Verstehst du, Kairi? Ich habe das Navigummi eingebaut, aber vergisst nicht, da wimmelt es von Herzlosen. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Hier, nehmt das mit. Morphokomi erhalten. Falls ich irgendwas falsch gelesen habe, liegt es daran, dass ich meinen zweiten Bildschirm ein bisschen gefehlt habe. Und die Auflösung meines Bildschirms, den ich nutze für meinen Fernseher, ist ein bisschen anders eingestellt. Dass ihr perfekt den Rand habt. Perfekten Rand. So. Ja. Wir haben das Morphogummi erhalten. Damit können wir... Kann ich mal ein bisschen zeigen. Nö. Ein dekoratives Paar Handschuhe. Kann man gar nicht so sehen. Da, Morphogummi. Ermöglicht Transformation. Okay, Leute. Ich bin bereit dafür. Ihr hoffentlich auch. Wir reisen... In einem Ort. Da ist nichts wie los. Auf... In meinem Wecker-Land. Warum klingelt mein Wecker jetzt? Ah. Ah. Um halb fünf morgens. Ja, weil ich eigentlich hätte zur Arbeit müssen. Also nicht heute. Nein, keine Sorge. Verdammt, ich hab den ja... Warte mal. Warte mal ganz kurz. Das ist ein bisschen dumm jetzt. Suboptimal. Weil der klingelt eigentlich alle zehn Minuten. Und es reicht schon. Ja, um sechs Uhr... Hä? Hätte ich mal alles ausstellen müssen. Ich wusste die ganze... Ich musste die Tage nicht zur Arbeit. Ich habe Urlaub. Denn es ist gerade Freitag. Freitag. Der 31. Um halb fünf morgens. Sitze ich hier und dann klinge dem Harz auf. So. Jetzt danke. Dann haben wir drei Tage. Bla, bla, bla. Dann auf. Dann auf. Äh, auf. Dann nix. Wie los. Auf. In die neue Welt. Nicht so auszieht, Donut. Wer weiß, was uns dort erwartet. Vielleicht sind noch wertvolle Items in anderen Welten zu finden. Es lohnt sich bestimmt und nichts. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Das ist die Aufforderung, nochmal ein paar Welten zu durchstreifen. Denn in bestimmten Welten kommen bestimmte Monster danach. Zum Beispiel in Agrabah. Hier. Nur ein kleiner... Tipp. Darum bin ich am überlegen. Also... Jetzt kann ich mich so hinporten. Nimmerland. Ist egal. Leute, wisst ihr was? Ist egal. Wir fliegen da jetzt hin. Auch die Gegenden erinnern sich danach. Die erinnern sich alle danach. Wiederum muss ich mal eben ganz kurz sagen, dass ich mal eben das Morphgummi einbauen möchte. In unserem schönen, wirklich wunderbaren Schiff. Swagger. Yolo-Swagger. Ja, wenn ihr mal Yolos habt, ne. Ich muss es einfach mal sagen. Wenn ihr mal Yolos habt, ruft einfach Peter Swaggart. Der treibt euch die Yolos aus. Mal gucken, wer der's checkt. Ja, außer die, die im Teamzug sind, würde ich checken, weil... Da hab ich den Spruch schon mal gebracht. Das sind so alles Yolos, Swagger. Wir haben keinen Antrieb. Doch. What the fuck? Das ist mal so richtig hammermäßig. Ja, können wir nicht einbauen. Nein! Nein! Wie hab ich das gemacht? Danke. Nein! Ich will nach oben. Danke. Ja, ich will eigentlich was suchen. Ja, genau. Hier zeigt er mir das nächste an, was kommt. Ah. So. Das Schiff sieht so scheiße aus. Ich muss es einfach nochmal wiederholen. Das sieht so hässlich aus, dass es schon wieder Style hat. Also, man wird es nicht mehr so weit weg. Ich will es nicht mehr sehen. Es ist ein paar Sachen. Also, ich will es nicht mehr machen. Nein! 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 Okay. Es ist okay. Ja, Swagger übertragen Sorry, ich muss noch Ich muss dieses Schiff Ich glaube, ich brauche mal irgendwie So ein richtig schöner Schiff So richtig geil So Normal hin Weil ich Noch was holen Weil So doof ist es gar nicht hier Jetzt